Moins Leute, willkommen zu einem neuen Part von Ready4Demo, die letztes Mal bei Mass Effect 3 Demo stehen geblieben, und zwar hier. So, ich hoffe, es hat euch also der erste Part von, also allgemein von Ready4Demo und Mass Effect 3 gefallen bis jetzt. Ich finde Mass Effect 3 sowas so geil. Guck mal, dieses Ding ist doch einfach unfassbar geil. Außen mein Blick. Und weiter geht's. So, rüber, boah. Wir haben... Oh, ein paar Brüte. Opa. What the hell? Oh, 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 oh. Ich schieße dich zurück, heilige Scheiße. Was? Das hätte ich gekraut, was ich verarsche. Ey, Alter, was ich verarsch. Geht doch. Ich hab's denn noch. So. Biss. Lamp. Ich hab's schon gesagt, ich hab's nicht verdient zu sterben. Und du hast verdient zu nichts leben. Oh, oh. Hey. What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Okay. Let's go. Abschussschede ist dort hinten. So, ist das hier? Ähm, dort geht's. XP. Sorry, shit. Was hast du denn? Ey, schau, bin ich blöd zum Treffen oder was? Was, ich bereit? Ich weiß nicht So, ob ich selbst leichter zum Treffen Schau, schau, schau Ah, ich hab erliebt Nium Pfff Gain Okay, weiter gehts Hoppa Ich würde das Spiel gerne Ich würde es für mich für ein PC kaufen Wenn wir gleich durchspielen Aber dann fliegt ja nur die Zeit und so Ich hab's noch nicht, leider für mich Ich hab's noch nicht, aber ich hab's noch nicht Ich hab's noch nicht, aber ich hab's noch nicht Ich hab's noch nicht durch Ich hab's noch nicht durchspielen Ich hab's noch nicht geklaut Was ist denn, ich hab's noch nicht? Was passiert? Ich hab ein Radio gefunden Oh, ja, ja Oh, oh, eine Warte Oh, eine Warte Normandie, das ist Anderson, den Gureen Admiral, was ist dein Platz? Oh Bei einem geschlossenen Schiff in der Harbour. Ich aktiviere seinen Distressbeacon. Schande Unterstützung. Wir haben Wundegang. Oh. Schlecht ist egal. Und weg. Let's hope, das Beacon macht seinen Job. Und schnell. Wir haben Unternehmen. Oh. Kleine, wie heißt es so? Abwurfkapsel von dem Gegner. So, jetzt haben wir eine Waffe. Oh, Gott. Oh, Gott. Was ist das? Ich hoffe, dass sie weitermachen sind. Nikos uns fahren. Oh, Gott. Ich hoffe, dass sie dort arbeiten, wird es nicht so aus. Ich hoffe, dass sie dort also hübben. jetzt gleich zum beispiel voll aus der map schmeißen hoppa x okay nicht muni rum nope ey schwich mal einen halben Schuss ja ja ich sehe muni hier okay oh danke ah die normandy und der schiff und der wunderschöne schiff ja 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 Willkommen zurück Shepard. Danke. Schepard. Komm schon. Ich gehe nicht. Du hast die Männer gesehen. Es gibt ein Millionen mehr wie sie und sie brauchen einen Leiter. Wir sind in diesem Kampf zusammen. Es ist ein Kampf, den wir nicht gewinnen. Nicht ohne Hilfe. Wir brauchen alle Spezies und alle ihre Schiffe, die sogar eine Chance haben. Talk zu dem Council. Convince sie uns zu helfen. Was, wenn sie nicht hören wollen? Dann machen sie es. Jetzt gehen Sie. Das ist eine Ordnung. Ich nehme keine Ordnung von Ihnen. Remember? Consideren Sie sich reinstatten. Kommandant. Sie wissen, was Sie müssen. Ich werde dir zurück. Und ich bringe alle Schiffe, die ich kann. Good luck. Sie auch, Schepard. Auf geht's. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Mass Effect 3 Mass Effect 3 Mass Effect 3 Ja, diese dramatische Zerkenz habe ich einfach so, einfach so geil von Mass Effect gemacht. Sie hat so wirklich gut gemacht. Einfach wirklich super. Das ist der Solarian Homework, Red Team. Sie sind nicht used to seeing Krogan here, so let's keep it simple. Wir landen, get the females and leave before anyone changes their mind. I still don't trust a word they say. Let diplomacy play out, Rex. You'll get what you want. These females are the best and probably last hope for my people. We'll bring them back, Rex. Don't worry. I appreciate that, Lear. I wouldn't want anyone else along for the ride. I suppose I can make room for you too, Garris. I thought you'd gone soft sitting on your front. I forgot how to hold the gun. Commander, I have a Solarian base on sensors. Set her down. Let's see them try to stop a Krogan air drop. Rex! We have an unauthorized landing. And who authorized you to hold my response to? Huh. Bane. Stand down. Hold your fire. Commander Shepard, restrain your colleague. We only found out about this transfer a few moments ago. I'd like to avoid a diplomatic incident. As would we. But you have something valuable, Rex. Something worth dying for. This matter could be resolved, but I must insist, you remain under guard. I can handle this, Rex. But if anything goes wrong, I hope that you're wrong. I can handle this, Rex. Yeah, wait a minute. We're going somewhere else. We're going somewhere else. And we'll see you in the next episode of Mass Effect 3 Demo. Auf Wiedersehen.